Ein Schalom, meine edlen Brüder und Schwestern in Jesus Christus, Jeschua, Immanuel. Jetzt, wo ich dich sehe, fällt mir siebenteils ein, was ich nicht vermisst habe. Okay, worüber willst du heute mit uns labern? Mach schnell, ich hab heute noch was anderes vor. Das heutige Thema lautet, warum werden Christen verfolgt? Der Messias verspottet, wenn die Bibel nur ein Märchenbuch ist. Äh, gerade weil wir die Bibel für ein Märchenbuch halten, spotten wir darüber. So einfach ist das. Dieses Video geht an die Atheisten und ich stelle euch die folgende Frage. Wenn die Bibel nur ein Märchenbuch ist und es Jesus nie gab, warum investiert die Modeindustrie, die Musikindustrie, die Filmindustrie so viel Zeit und Aufwand, um Jesus zu beleidigen, um das Christentum zu beleidigen und so, ne? Wenn die Bibel eh nur ein Märchenbuch ist. Sind dir Angebot und Nachfrage ein Begriff? Die Industrie, egal ob Filmindustrie oder Mode oder sonst irgendeine Industrie, stellt das her, wovor sie sich am meisten Einnahmen erhofft. Und diejenigen, die religiöse Symbole umdeuten oder verspotten wollen, sind nun mal eine Zielgruppe. Im umgekehrten Fall aber auch. Ich meine, du willst mir jetzt hier nicht erzählen, dass es nicht nur auf dem Bibelfilme und so ein Kram gibt. Allen voran die Passion Christi. Du weißt schon, das ist dieser Film, in dem Jesus auf seinem Leidensweg mehr Blut verliert, als irgendein Mensch hat. Aber wahrscheinlich zeichnet genau ihn das als göttliches Wunder aus. Es werden Produkte für die einen und für die anderen hergestellt. Die Industrie denkt einfach bloß daran, was sich am besten verkauft. So einfach ist das. Bei Lady Gaga zum Beispiel. Bist du das auf dem Bild? Hast du dich da rein retuschiert? Oh Gott, da kriegst du ja Erektionsstörungen. In fast jedes Lied taucht irgendwie Jesus auf, wo sie sich über Jesus lustig machen und so, ne? Satanische Symbole. Satanische Symbole, das ist eine Hieroglyphe. Du intellektuelle Energiesparlampe. Ich meine, mir ist schon klar, dass du heidnische Symboliken alle als satanisch betrachtest. Aber gilt das jetzt allen Ernstes auch noch für die Schriftzeichen anderer Kulturen? Bei einem würgenden Wolpertinger, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wie die Verspottung Jesu Christi steht. Die Satanisten tragen das auch am Hals und so. Das alles in den Augen und so. Überall wird Jesus beleidigt. Und ich frage euch, warum wird Jesus und den Christen so viel Aufmerksamkeit von diesen Industrien geschenkt? Wie ich schon sagte, weil die Geld verdienen damit. Nicht sowieso alles nur ein Märchenbuch ist, ja? Und ich frage mich das auch jedes Mal. Ich schaue, ich habe, beziehungsweise ich habe mich, ich habe mir früher die Frage gestellt, als ich Atheist war. Du, ein Atheist. Ja klar, ne, und die Erde ist eine Scheibe. Du warst nie ein Atheist. Warum ich das sage? Ganz einfach, weil du in deinen Videos erstens uns eindrucksvoll immer wieder zeigst, dass du keinen Schimmer hast, wie ein Atheist denkt. Du scheiterst kläglich bei Versuchen, dich in Atheisten und ihr Denken hinein zu versetzen. Und zweitens, weil du in deinen Videos alles, was dir nicht passt, Satanisten, Atheisten, Okkultisten, ah ja, Freimaurer, Illuminaten und sonst irgendein Kram, in einen Topf steckst. Das heißt, du kannst das sowieso nicht voneinander unterscheiden. Ich denke mal, du warst einfach früher nicht ganz so abgedreht religiös wie heute und denkst jetzt im Nachhinein, du wärst Atheist gewesen. Aber weniger an Gott zu glauben oder nicht so intensiv religiös abgehoben zu sein, so wie du, bedeutet nicht Atheist zu sein, mein Freund. Ich schaue MTV und ich sehe, wie sich die über Jesus lustig machen, ja? Ja, die leben von der Provokation. Äh, was soll das jetzt bitte? 666, Zahl des Teufels. Ernsthaft, jemand macht eine solche Geste und du interpretierst das als dreimal die 6. Ist das dein fucking Ernst? Gottes Lästerung reden und so, ne? Jesus am Kreuz und dann werfen sie mit rote Farbe auf ihn und keine Ahnung was, ja, und ich dachte mir die ganze Zeit, wenn die Bibel nur ein Märchenbuch ist und es Jesus nie gab, warum investieren sie so viel Zeit und Aufwand und Geld, ja, um Gottes Lästerung zu verbreiten, ja? Ganz einfach, weil sie es lustig finden. Sie finden dich und dein Weltbild so bekloppt, dass es ihnen Vergnügen bereitet, dich zu verspotten. Ich meine, solange sie dir keine körperliche Gewalt antun und nicht auf persönlicher Ebene beleidigend werden, habe ich nichts dagegen. Im Übrigen kannst du aber auch gerne über uns spotten. Das steht auch dir zu. Und ich bin auf die Erkenntnis gekommen, da muss mehr dahinter stecken, hinter der Bibel, ja, und hinter Jesus. Und jetzt gehen wir weiter zu diesen diktatorischen Ländern, wie Nordkorea, China und so, Indien. Indien? Okay, Indien ist längst nicht so demokratisch wie Europa, schon klar. Aber mit China und Nordkorea kannst du sie jetzt auch nicht vergleichen. Etc, arabischen Länder. Ja, okay, die schon. Und dort wirst du umgebracht, weil du die Bibel liest. Also wenn du in diesen Ländern die Bibel liest oder beziehungsweise besitzt, wirst du ins Gefängnis gesteckt, ausgepeitscht, misshandelt und so, ne? Und ja, du darfst nicht ja mal beten öffentlich, ja? Zu, zu, zu dem Gott der Christen, ja? Du wirst sofort ins Gefängnis gesteckt, ja? Und natürlich auch misshandelt, bei lebendigem Leib angezündet, ja? Und ich habe mir auch damals die Frage gestellt, wenn, wenn die Bibel nur ein Märchenbuch ist, wenn es Jesus nie gab, warum haben diese Diktatoren so viel Angst vor Christen? Die haben keine Angst vor Christen, die haben generell vor jedem Schiss, der eine andere Weltanschauung vertritt, als die, die in diesem Staat Staatsräson, Staatsfassung ist. Denn diese Staaten haben eine bestimmte Weltanschauung, auf der der Machtanspruch ihrer Machthaber beruht. Deswegen verfolgen die alles und jeden, nicht nur Christen. Mach die Probe aufs Exempel. Du könntest in den arabischen Staaten auch ein Jude oder ein Atheist sein oder ein Hindu oder sonst was. Alles, was nicht genau die Art von Islam ist, die in diesem jeweiligen Staat gepredigt wird, das ist verboten und steht in Konkurrenz zur dominierenden Weltanschauung. Das hat nichts damit zu tun, dass du die Bibel liest, sondern nur damit, dass du anders tickst als die. Die haben Angst vor jedem, der weltanschaulich zu ihnen als Konkurrenz treten könnte. Warum stört sie das? Weil sie die Bibel lesen, ja? Sei ehrlich, Lieber Thist. Wärest du ein Diktator in Nordkorea? Das werde ich nie sein, weil ich durch und durch Demokrat bin. Und ich gewähre dir selbstverständlich das Recht zu reden und zu denken, was du willst. Gut, du denkst sowieso nicht viel, aber lassen wir das mal. Und in deinem Land würden Christen friedlich leben, würdest du dich stören, nur weil sie die Bibel lesen? Nö. Würdest du dir nicht etwa sagen, ach, ist mir doch egal, sie sollen doch ihr Märchenbuch lesen, Hauptsache sie sind friedlich. Ja, genau das würde ich sagen. Aber ich bin ja auch ein Demokrat und kein Diktator. Würdest du so denken? Aber diese Diktatoren, ja, in diesen Ländern, die denken aber nicht so. Egal, ob die Christen friedlich leben oder nicht, die werden trotzdem ins Gefängnis gesteckt, misshandelt, Kopf abgeschnitten. Keine Sorge, wenn jemand auf die Idee kommt, dir den Kopf abzuschneiden, dann sage ich ihm, dass es keine gute Idee ist, weil du dein Gehirn sowieso nie gebraucht hast und auch ohne Kopf auskommst. Aber scheiß drauf, dass das Christen sind. Wie schon gesagt, es geht nicht darum, dass die die Bibel lesen, es geht darum, dass sie überhaupt irgendwas lesen, was gegen die verpflichtende politische und religiöse Meinung ist. Darum geht es in diesen Diktaturen. Warum? Weil sie Angst haben. Sie wissen, dass die Bibel kein Märchenbuch ist. Doch sie halten die Bibel trotzdem für ein Märchenbuch. Das hat nichts damit zu tun, dass es die Bibel ist. Wie oft soll ich dir das noch erklären? Die haben Schiss vor allem, was gegen ihr Weltbild verstößt, weil das eventuell ihren Machtanspruch in Frage stellen könnte. Wir wissen, dass es Jesus tatsächlich gegeben hat. Das hat nie irgendjemand bestritten. Bestritten wird bloß, ob das, was in der Bibel über Jesus so geschrieben steht, wirklich wahr ist, zumal sich die Berichte oder die Erzählungen gegenseitig widersprechen. Sonst würden sie ja nicht so gegen die Christen, so hart gegen die Christen vorgehen, ja? Wer geht gegen etwas vor, wenn es sowieso nicht wahr ist, oder? Wenn etwas nur ein Märchenbuch ist, ja? Und Jesus es nie gab, vor was haben diese Diktatoren so viel Angst? Soll ich wirklich mich nochmal wiederholen, Leute? Ich glaube, ich erspare euch das, oder? Weil du dann so eine Art Opposition zu ihnen bist. Ja, das sind demokratische Vorstellungen, aber in einer Diktatur gilt das halt nicht. Leider nicht. wenn sie niemandem was, niemandem wehtun, oder? Das wäre doch deine Denkweise, oder? Richtig, das wäre meine Denkweise und die Denkweise eines jeden, der nicht ein komplettes Arschloch ist. Aber ein Diktator ist nun mal ein komplettes Arschloch. Und, äh, meines Erachtens, Silvio, rede und denke, was du willst. Aber du musst damit klarkommen, dass andere sich dann über dich lustig machen. Das Recht hast du umgekehrt auch. So einfach ist das. Ich jedenfalls werde jederzeit für dein Recht, das, was du sagen willst und das, was du denkst, auch wenn das nicht viel ist, ich werde jederzeit dafür eintreten, dass du das denken und sagen darfst. Auch wenn ich mich über dich lustig mache. Ich, Atheist, ich würde auch so denken. Mir wäre es egal, sollen sie doch ihr Märchenbuch leben. Hauptsache, sie leben friedlich und tun niemandem weh. Aber die sind nicht so. Und ich habe schon damals, ich habe mir schon damals diese Frage gestellt. Da muss, hinter der Bibel und hinter Jesus muss mehr dahinter stecken. Außer Märchenbuch und so das Ganze, ne? Also, weil in anderen Ländern, in denen andere Weltanschauungen, Ideologien oder Religionen, als das Christentum vertreten sind, Christen verfolgt werden, weil sie eine Art Opposition darstellen, daraus schlussfolgst du, dass ausgerechnet aus der Bibel, dass hinter der Bibel und hinter keinem anderen Buch irgendwie mehr Wahrheit oder so dahinter steckt und ignorierst vollkommen, dass andere Gruppen dasselbe Schicksal haben, wie die Christen in diesen Ländern. Nach deiner eigenen Logik müssten die Atheisten recht haben, weil sie sind ja schließlich von Christen früher verfolgt und verbrannt oder sonst was worden. Oder die Maya und die Azteken, nach deiner Logik müssten die doch eigentlich recht gehabt haben, weil die Inquisitorinnen gewusst haben müssen, dass das, was die glauben, doch wahr ist, sonst hätten sie sie nicht verfolgt. Na dann, wir halten fest, Bruder Silvio ist dasselbe Genie wie eh und je. Dann war es das jetzt auch schon wieder Leute. Ich sage tschö mit ö, tschau mit au. Und bevor ich sage, dass ihr euch alle aufhängen könnt, kündige ich an, dass es am Freitag wieder einen solchen Plausch geben wird, wie diesen Freitag. Der ist ja ganz gut angekommen. Deswegen wird es im nächsten Freitag wieder ein Gespräch geben, das ich hochladen werde. Diesmal wird es ums Thema Religion gehen und wir sind darin zu dritt, vielleicht sogar zu viert. Also man hört sich. Und wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch aufhängen. Und dann muss es ums Thema